Ich bin froh, dass wir das hier machen. Ich hab das Gefühl, als würde ich euch schon kennen, nach allem, was mir Steph über euch erzählt hat. Das ist natürlich nicht... Gibst du auf? Fick dich doch! Nee, das ist im Weg! Du willst kämpfen! Klopp ab! Halt! Okay, okay, oh scheiße. Gute Arbeit! Und deine Reaktionen werden besser, wirklich? Das war also so eine... Ihr macht wohl diese rosa-rote Panther-Nummer? Rosa-rote Panther? Was soll das bitte sein? Der rosa-rote Panther aus den rosa-rote Panther-Filmen. Wenn Cato, Inspektor Klosow, eingreift, damit er wachsam bleibt. Die sind sicher steinalt, nie davon gehört. Ich kenne die ebenfalls nicht, aber es klingt absolut charmant. Der rosa-rote Panther, die Filme. Er, Cato, ist sein Assistent. Sein Hausbursche. Hausbursche? Ja, ja, das ist ein bisschen... Das klingt rassistisch? Er hat ihn tatsächlich mein kleiner gelber Freund genannt.